Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, so oft wie wir das auch sagen, wir sind Einwanderungsland, wir bauen Barrieren ab, wir sind Berlin, kulturelle Vielfalt ist uns wichtig, Vielsprachigkeit ist wichtig, dass es trotzdem Barrieren gibt. Barrieren gibt vor Fremden, Barrieren gibt im Sinne von Vorurteilen, Barrieren gibt im Sinne von sich nicht damit auseinandersetzen, aber auch ganz stark Angst. Es wird ja sehr oft den Jugendlichen mit Migrationsgeschichte vorgeworfen, dass die überhaupt nicht in der Lage wären, den Ansprüchen an dem OSZ gerecht zu werden, weil die Schulen, aus denen sie kommen, nicht den Leistungsanspruch erfüllt, die ein Betrieb an seinen Auszubildenden stellt. Und das einfach schrittweise abzubauen, zu sagen, diese Jugendlichen bringen Geschichte mit, sie bringen Fähigkeiten mit, sie bringen Kompetenzen mit, die sie brauchen. Schülerinnen und Schüler brauchen das Gefühl, dass sie gebraucht werden, sehr stark, weil sie leider sehr oft durch die verschiedensten, die Schule selber auch, aber auch durch die Medien, dass ein Bild von sich selber entwickeln, der einfach sehr defizitorientiert ist. Dass sie, dass zum Beispiel Mehrsprachigkeit wird in den Schulen nicht immer gefördert und nicht immer als ein Vorteil gesehen und deswegen denken sehr oft Schüler, ach die Sprache, die ich mitbringe von zu Hause, die Sprache, die ich von meiner Freundin mitgelernt habe, das ist gar kein Vorteil, das wird von sehr vielen als Nachteil wahrgenommen. Und dann ihnen zu signalisieren, ach zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Bezirksamt arbeitest, mehr Sprachen sprechen kannst und sie auch noch gut sprichst, das ist ein Vorteil. Ich glaube, es ist einfach, Schüler und Schülerinnen mit einem Defizit zu betrachten, als sich mit ihnen wirklich auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was bringen diese Kids mit und warum sind sie gerade da, wo sie sind. Wir sind eigentlich ein Projekt, das wissen alle und das wissen auch alle unsere Kooperationspartner. Wir stehen für interkulturelle Eröffnung, wir stehen für Vielfalt. Trotzdem, und obwohl man eigentlich glauben müsste, dass unsere Partner am weitesten sind, sprechen sie sehr oft, und das kann ich jetzt für Schulen ganz stark sagen, von den türkischen Kindern, von den arabischen Kindern, von den syrischen Kindern, also wie auch immer. Ich habe auch schon den Begriff Ausländerkinder gehört, da war ich auch so, okay, sehr speziell, sehr weit hinten, ganz viel Arbeit noch muss getan werden hier. Und wenn man darauf reagiert, wenn man sagt, es tut mir leid, aber das sind nicht die türkischen Kinder, das sind nicht die arabischen Kinder, das sind deutsche Kinder, die hier geboren, hier aufgewachsen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, über die reden sprechen wir gerade, wird es sehr schnell, aber sie wissen doch, was ich meine, und das sind doch die da, und über die reden wir doch die ganze Zeit. Wir haben halt eine ganze Generation von Jugendlichen, die sich definitiv als Deutsche fühlen und sich auch wahrnehmen als Deutsche, aber von außen ihnen gesagt wird, ihr seid das gar nicht. Und die wissen, glaube ich, ganz, also ganz viele wissen, glaube ich, in dem Moment gar nicht, was sie damit anfangen sollen.